Und damit willkommen zurück zum Wunderschönsten aller Tage, hier mit Tabasco und StratoCopterTV. Ich habe mir mal deine Einstiegslein geklaut. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Fuck, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich meine, ja, grüzi. Grüzi, du hättest auch einfach gesagt, herzlich willkommen zurück auf StratoCopterTV. Dann hättest du mir meinen Spruch geklaut. Ja, ich kenne deinen nicht, weil ich deine Sachen nie gucke, Mann. Ja, ich gucke auch nur deine Sachen, wo ich mitmache, muss ich ehrlich sagen. Kann ich verstehen. Du bist auch das einzig Positive an meinem Channel. Das habe ich schon häufiger gehört. Ich auch. Traurige Wahrheiten. So, aber wir haben euch ja einen dreiteiligen Podcast versprochen. Und ja, Teil 3 müssen wir dann jetzt auch durchziehen, auch wenn wir echt keinen Bock mehr aufeinander haben. Nö. Aber ja, wir haben uns heute als große Überschrift genommen, Postgame. Ja, postfaktisch ja mit das Wort 2016. Ja, wir postgame. Also, wir brauchen quasi kein Game dafür oder was. Nein. Also, was machen wir, wenn wir die Liga besiegt haben? Story ist durch. Was bietet uns dieses Spiel an, ja, man sagt ja auch gerne Late-Game-Möglichkeiten? Langzeit-Motivation. Langzeit-Motivation, ganz genau. Und ja, da wir hier zwei CP da sind, fällt uns das natürlich nicht besonders schwer zu beantworten. Wir fangen an, Pokémon zu streicheln und schmeißen denen dann in die Ecke, den DS, wenn wir das so nach fünf Mal dann nicht mehr machen wollen. Richtig. Also, wir haben jetzt, glaube ich, beide relativ viele Pokémon schon gezüchtet und auch die ersten Kämpfe absolviert, auch schon relativ schnell. Ich hatte sogar eine kurze Flaute oder so wieder drin, so die letzten zwei Wochen war ich sehr, sehr faul, was Züchten und Kämpfen angeht. Aber ja, ich habe das Pokémon-Spiel durchgerusht in anderthalb Tagen irgendwie und habe dann sofort angefangen, mich damit irgendwie zu beschäftigen, was ich für ein Team bauen möchte, weil wir auch beide die Leaks verschlungen haben, wie sonst was, wussten wir schon so ungefähr, wie man welches Pokémon schon am besten spielen könnte. Und ja, Züchten natürlich Nummer-Eins-Beschäftigung, aber da gibt es ja auch noch eine ganze Menge mehr. Resetten von Legendaries. Gibt ja auch viele Leute, die jagen nach Shinies. Genau. Es gibt ja auch einige Methoden. Es soll jetzt so eine Carpador-Methode geben, mit der habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja, ich schon, aber... Echt? Ja, dann, was muss man da machen? Also, ganz grob erklärt, scheint es wohl so zu sein, dass die, ja, dass im Voraus schon geplant ist, wann so ein Shiny kommt, wann kommen welche DVs und wie auch immer. Also, der gute Rigibang hat da ein ganz informatives Video zu gemacht, das habe ich nebenbei geguckt. Und man kann das einfach so machen, dass man dann irgendwie 30 Carpados züchtet. Die nimmt man deshalb, weil die sehr, sehr schnell schlüpfen. Und sobald ein Shiny Carpador da ist, muss man irgendwie resetten oder sowas. Und züchtet dann das Pokémon, was man eigentlich haben wollte. Und an derselben Stelle, wo das Carpador shiny war, sag ich, das 23. Ei oder sowas, weil man immer so 30 macht und dann resettet, dann wird das 23. dann auch shiny. Irgendwie so. Und das hat eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit? Ja, genau. Wenn man es richtig macht, schon. Aber, ich sag mal so, das hat eigentlich nur den einzigen Vorteil, dass es schneller geht, weil du weniger Eishütte brauchst. Aber ganz ehrlich, dafür musst du halt wirklich genau darauf achten und zählen und sonst was. Wenn ich einen Pokémon shiny züchten möchte, irgendwann mal, dann mache ich das einfach so und mache das Brain AFK nebenbei, wenn ich einen Film gucke oder sowas. Und dann dauert es vielleicht zeitlich gesehen länger, aber es kommt mir nicht so lange vor, weil ich mich nicht damit so intensiv beschäftigen muss. Ja, ansonsten, Schillerpin kriegt man richtig schnell, SOS-Chaining geht auch ganz gut klar. Also für shiny Hunter ist das eine großartige Edition und dürfte damit halt auch ein wenig Langzeitbeschäftigung irgendwie bieten. Aber sind wir beide nicht so die großen Fans von shiny Hunter? Ganz ehrlich, die meisten shiny Pokémon sehen auch einfach scheiße aus. Viele, ja. Nur weil es irgendwie selten ist, weil du eine Chance von, was weiß ich, 5000 zu 1 hast, dass du eins kriegst, macht es halt immer noch nicht nützlicher. Ja. Aber inzwischen, glücklicherweise für die Leute, die shiny züchten, ist es ja nicht so, oh, das Ding hat nur 3DV, ich muss es wegschmeißen. Solange das Wesen stimmt, kann man ja alles damit machen. Fertig. Ja. Kronkorken rein. Zack. Thema gegessen. Aber das ist natürlich auch nicht das Einzige. Es gibt ja diesen großen Festivalplaza, der jetzt quasi diese niedliche kleine Schaltfläche, die wir in Generation 6 haben, abgelöst hat. Ja, ich kenne deine Meinung dazu. Meine Meinung ist nämlich tatsächlich die gleiche, deswegen fange ich jetzt mal ausnahmsweise mit dem Thema an. Hau raus. Absolut scheiße. Ja. Unabhängig. Also dieses Festivalplaza-Ding, also bis ich das erstmal gerallt habe, was man da alles machen kann. Man kann den Festivalplaza aufleveln, das weiß ich auch nur dank Poke-Wiki, dass man da halt irgendwie Sachen kriegt. Auf Level 30 sollte man seinen Kampfplaza schon aufwerten, weil man dann in den ganzen Buden, die da sind, oder auf jeden Fall in vielen dieser Buden, zusätzliche Sachen, zusätzliche Services freischalten kann. Ja. Bessere Sonderbonbons. Klar, es gibt coole Sachen. Man kann da diese, es gibt diese Sonderküche, die quasi wie Sonderbonbons funktioniert, wo du halt einmal am Tag ein paar Level hochmachen kannst. Ist ein cooles Ding, aber halt auch nicht unbedingt notwendig und dafür alles andere so zu verkomplizieren. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Wi-Fi-Kampf gemacht habe, den ich auch hochgeladen habe, das war ja der gegen Present, den ich halt gekämpft habe und dann bin ich halt, habe ich nach meiner Kampfkamera gesucht, da gibt es ja einen extra Menüpunkt für. Und ich stand dann da erstmal und habe echt ewig gebraucht, um herauszufinden, wie ich Kämpfe hochladen kann. Dass man sich dann nämlich in den Kampfplaza muss, da in dieses Schloss rein und da rechts dann so ein Computer steht, total unscheinbar, so ähnlich wie der Computer eben im Pokémon Center. Ja, aber das ist glaube ich nur bei Code so. Kannst du die anderen nicht sogar so einfach aus der Kampfkamera irgendwie aktivieren? Meine eigenen, ja. Ja, aber wenn ich mir welche von anderen angucken will oder welche hochladen will, muss ich dafür auf dem Festivalplaza. Und das fand ich schon relativ uncool. Dann finde ich auch diese ganze Auflistung der ganzen Spieler, die du gerade sehen kannst, schon mal auch sehr unübersichtlich. Ja, das stimmt. Vor allem am Anfang, wo ja Millionen von Leuten gleichzeitig online gewesen sind, bekommst du halt per Zufall irgendwie 30 zugelost. Je nachdem, wie viele Freunde du hast, sind es halt weniger zufällige, weil deine Freunde dir immer angezeigt werden. Ja, also diese Unübersichtlichkeit, die habe ich auch festgestellt. Und auch die Tatsache, dass ich überhaupt in diesen Kampfplaza rein muss, um ins Internet zu können quasi. Ich meine, vorher hast du, du warst gerade züchten, dich hat einer gefragt, ey, kannst du mir eben das und das rüber tauschen? Dann hattest du mir versprochen, du hast es angemacht, hast weitergezüchtet und gewartet, dass er dich irgendwie angetauscht hat. Jetzt geht das nicht mehr. Du bist in einem Ort und kannst nebenbei nichts mehr anderes machen. Du bist in diesem Kampfplaza einfach. Und das ist für mich ein richtig dicker Minuspunkt. Ich fand dieses alte System schon mal nicht perfekt. Ich habe gesagt, ja, an diesem Global Link oder PSS, wie hieß das jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie beides. Ja, ich weiß gar nicht. Also Global Link war ja diese offizielle Webseite, über die auch die Ranglistenpunkte gemacht werden und PSS hieß das System. Richtig. Aber frage mich jetzt nicht mehr, wofür die Abkürzung steht. Irgendwas mit Player... Player Search System. Player Search System. Genau, jetzt, wo wir es nochmal aussprechen, fällt mir das auch wieder ein. Ja, das PSS war nicht perfekt. Ich habe gesagt, hey, es war nicht ganz so ideal, dass es auch nicht immer so gut aktualisiert hat. Es war nicht ganz so toll, dass, ja, so ein paar Features, die nicht ganz so großartig waren. Die GTS war nicht perfekt. Die, äh, es war ziemlich blöd einzustellen, dass du teilweise wie, du konntest nach einem Despoter Level 7 fragen oder sowas. Solche Sachen, die keinen Sinn machen. Und auch diese, ja, Battlecues, die du hattest, dass du einfach wirklich nur Einzelkampf 3 gegen 3 machen kannst oder 6 gegen 6 ohne Items und sowas. Das war alles nicht ausgereift. Aber das ist ja jetzt immer noch so. Genau. Und dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Das war absolut nicht ausgereift. Und ich hatte wirklich gehofft, dass die das verbessern. Und dann kommt genau das Gegenteil. Die machen es noch schlechter. Und das einfach indem, die im Prinzip alle alten Fehler, die sie haben, mitnehmen in diese neuen Generationen. Und das Ganze einfach schwerer zugänglich machen, indem man das nicht mehr nebenbei machen kann. Und das ist für mich ein dicker Minuspunkt. Das ist für mich der aller, aller dickste Minuspunkt, den die siebte Generation mitgebracht hat. Und der macht mir das, also inzwischen hat man sich ja schon dran gewöhnt. Es ist nicht, dass er mir das Spiel madig macht oder so, aber kommt schon, Leute. Also Benutzerfreundlichkeit sollte doch an allererster Stelle stehen. Vor allem wenn man ein Spiel macht, mit dem das halt immer noch die hauptsächliche Zielgruppe hat, die einfach mal 10, 14 Jahre jünger ist als wir. Wir gehen ja beide schon stark auf die 30 zu. Und ja, wir sind halt Spieler der ersten Generation. Kann man ja auch jetzt schön angeben. Diese ganzen tollen Begrüßungsfloske. Ich spiele schon seit 20 Jahren Pokémon. Toll, interessiert mich nicht. Dankeschön. Also ja, ist nett gedacht. Macht's wieder. Ist auch ganz lustig, dass man mal auf irgendeine Art und Weise mit anderen Leuten richtig interagieren kann. Dass man deren Avatare mal sieht. Weil sonst hattest du ja, in Oras hattest du das gar nicht. In Oras sah ja jeder aus wie May oder Brandon. Brandon heißt ja, glaube ich, der männliche Protagonist. Ich glaube, in Englisch, ja. Und hier hast du dann jetzt so, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel dich und Haku und noch ein paar andere habe ich halt einfach als VIP registriert, damit ihr halt immer da steht. Genau. Das ist halt cool. Ich sehe halt immer, wenn wir mal gleichzeitig online sind, sehe ich halt, inwiefern ihr eure Avatare zum Beispiel verändert habt. Ob ihr die umgezogen habt, neue Frisur oder so. Ist mir bisher noch nicht wieder aufgefallen. Wahrscheinlich, weil wir einfach nicht mehr gleichzeitig on waren in letzter Zeit. Oder weil du mal aufgehört hast, Shopping Queen zu spielen in Pokémon. Ja, nur noch im Real Life, weißt du ja. Ja, auch eine Sache, die man super machen kann Post-Game. Ja, shoppen. Shoppen, also Geld verdienen, die Pokémon-Liga klatschen, nur für neue Klamotten. Dreimal die Pokémon-Liga klatschen und schon ist die Handtasche eurer Träume euer eigen. Also, ja, auf jeden Fall. Dafür habe ich aber auch in Oras, sag ich schon, in XY sehr viel Zeit investiert, um die Pokémon-Liga zu plätten. Nur um Kohle für Klamotten zu kriegen, weil die letzte Boutique ja damals richtig teuer gewesen ist. Ja, das ist ein bisschen Bonsen-mäßig. Diesmal auch so, ne. Dieser eine, die später dazu kommt, dieser Shopping-Mall. Ja, ich habe auch zum Beispiel noch gar nicht alles. Aber ich bin da diesmal nicht ganz so heiß drauf. Ich bin diesmal ein bisschen mehr fokussiert aufs CP. Und eben deswegen holt mich diese Kampflaser und dieses ganze Shopping auch nicht ganz ab. Nee, also nach wie vor ist es immer noch das Beste, gegen euch Abonnenten da draußen zu kämpfen. Genau. Man kann sich vorher drauf einigen. Ich habe letztens auch einen Kampf gemacht. Es ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Hauch von schlechter Verlierer in mir. Ich habe auch danach direkt den Nintendo zugeklappt. Aber ich habe gegen jemanden gekämpft. Und es war eigentlich eine ganz klare Sache. Hat dieses Dami halt den Delegator rausgeholt. Ist irgendwie auf, ach nicht den Delegator, den Komprimator rausgeholt. Ja. Ist auf plus sechs Fluchtwert gegangen und hat mit Donnerwelle und Siedewasser um sich geschmissen. Und das ist dann einfach nur noch zum Kost. Also, ja, nice Strategie. Der Gegner war auch ein CP-Neuling. Das hat er mir dann auch gesagt. Smogon war für ihn halt auch kein Begriff. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, Smogon, oder welches Tier willst du spielen, hätte er mich gefragt. Tier, also ich mag Pinguine oder so. Keine Ahnung. Ja, klar. Aber das macht dann einen halt salty. Wenn man extra so sein freches Alola-Geowatz dabei hat. Walband-Explosion mit dieser Elektro-Haut. Oh ja. Und sich denkt so, ja, jetzt bist du zerstört, Dami. Und Stami sagt sich einfach so, ich weiche der Explosion aus, indem ich... Wie weichst man einer Explosion aus? Indem ich klein bin? Ja. Ja, ich weiß. Aber wir spielen ja nicht umsonst nach Smogon eben wegen sowas. Und, ja. Also, wer von euch jemals Komprimator gegen mich spielt, Entschuldigung. Also, ich werde den Kampf abbrechen. Sag ich jetzt schon. Und, ja. Auf jeden Fall hat sich nicht viel geändert in diesem ganzen Kampfmodell. Das Einzige Neue ist jetzt der Battle Royale, der jetzt auch online ist. Habe ich tatsächlich schon ein paar gemacht. Und auch da spiele ich mit vor gerade schon erwähnten Geowatz sehr gerne. Das kommt dann einfach rein, explodiert und drei Kills sind mir schon mal sicher. Dann muss ich halt meistens nur noch dafür sorgen, dass ich irgendwie nicht als erster sterbe. Und ich habe eine gar nicht so schlechte Erfolgskrote dafür, dass ein Battle Royale doch ganz schön random ist eigentlich. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, ja, vom Battle her hat sich wirklich nicht viel getan. Never change the running system. Ich war zufrieden. Wir haben ein paar Neuheiten eingebaut. Haben wir schon mal erwähnt. So ein paar Buffs. Dann die Z-Kristalle und sowas. Und das ist natürlich auch eine Art Postgame. Und Langzeitmotivation. Den ganzen Kram müssen wir jetzt alle erstmal lernen. Denn, also gerade für uns CP-Spieler, breitet sich jetzt erstmal ein komplett neues Metagame so langsam aus. Die TS kommen jetzt alle erst noch ein paar Wochen. Und, ja, das beschäftigt ja auch. Wir sind ja nicht nur im Spiel unterwegs, sondern auch noch auf YouTube, in Foren und in Gruppen bei Facebook. Und haben da hier momentan sehr, sehr viel Austausch. Und das bockt Pokémon auf jeden Fall wieder so einen festen Bestandteil des Tagesablaufs zu haben. Das ist cool. Ja, also auf jeden Fall, man stellt sich jetzt sehr viel Zeit rein. Ein Kumpel von mir hat mich heute zum Beispiel noch nach Zuchtresten gefragt, der halt einfach nach XY gar nichts mehr mit Pokémon eigentlich am Hut hatte. Dann habe ich damals das Züchten beigebracht. Das war, in deinem Freundeskreis warst du es ja, in meinem Freundeskreis war ich es, der so ein bisschen sich erstmal selbst das alles beigebracht hat. Und es dann weiter, ja, geteacht hat, weiter gelehrt hat. Und das war jetzt einer meiner, ich sag mal in Anführungszeichen, Schüler ist wieder auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich noch Zugreste hatte. Da hatte ich so, oh geil, du willst wieder, ne? Er so, ja, ich versuch's nochmal. Ja. Und, ja, fand ich ganz geil. Und dadurch, dass das jetzt wieder mehr spielen, klar, der Gen-Sex-Hype war total am Arsch. Ja, klar. Wenn ich jetzt mal sehe, was wir beide an Abonnenten gemacht haben, ne? An dieser Stelle nochmal danke an alle, die wirklich so blöd sind, uns zu abonnieren. Ähm, einfach dadurch, dass jetzt, also hauptsächlich eben wegen diesem Gen-Sieben-Hype. Ja, der Hype ist einfach wieder, ja, alle haben wieder Bock auf was Neues und davon gibt's ja auch eine ganze Menge, zum Glück. Und, äh, es wird den Hunger auf jeden Fall für einige Zeit stillen, ganz klar. Muss es. Also, äh, so schnell wird ja erstmal kein neues Pokémon kommen. Für den DS ist ja sowieso erstmal die Frage, ist es ja die Nintendo Switch jetzt in aller Munde, äh, ob das nächste Pokémon-Spiel wirklich nur noch für die Switch kommt, ist halt auch so eine Frage. Äh, wäre dann auf jeden Fall auch wieder ein heftiger Kostenfaktor. Und auch dann wieder die Frage für jeden Poketuber, wie kriege ich das auf YouTube? Ja. Also, muss ich da nochmal ein extra Gerät für kaufen? Weil unsere Capture-Card würde dann ja erstmal nichts mehr machen. Ja, das stimmt. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt noch irgendwie ein paar Remakes und eine Zusatzedition oder beides oder was auch immer für den 3DS rauskommt. Aber ich wäre auch bereit, das Ganze auf eine neue Ebene zu hieven. Aber ich denke nicht, dass das jetzt passiert. Also, ich denke mal, so ein Konsolenwechsel passiert nicht innerhalb einer Generation. Auch wenn viele momentan so Pokémon Star für den Switch vermuten. Vielleicht für beides. Aber ein kompletter Wechsel kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass Nintendo das möchte. Vielleicht, weil es haben sich jetzt vielleicht welche für die neue Generation extra noch ein 3DS gekauft oder so. Und wenn jetzt irgendwie in einem Jahr oder eineinhalb Jahren, wie lange sowas immer dauert, bis da so ein Remake oder eine Zusatzedition da ist. Wenn dann schon wieder was Neues anfällt, das wäre doch auch irgendwie blöd. Ja, das sehe ich ganz genau so. Ja, aber tauschen ist ja auch noch eine der Grundmechaniken von Pokémon. Eigentlich genau das Gleiche wie auch schon in Generation 6. Das GT-S hattest du ja schon angesprochen. Nach wie vor irgendwie uncool, weil du da ziemlich viel fordern kannst. Und ja, was ich jetzt ganz cool finde, ist diese vorgefertigten Antworten, die du geben kannst. Ich habe dieses Pokémon mit viel Liebe trainiert und so. Was mich halt aufregt, ist, es gibt ja dieses neue DV-Check-System. Sobald du 20 Eier gelegt hast, kannst du ja den Typen am Kampfbaum ansprechen. Der installiert dir das in deinem PC. Und du kannst jederzeit die DV deiner Pokémon checken, was beim Züchten eine unglaubliche Erleichterung ist. Ja, das ist perfekt. Ich fand das so gut. Das ist die beste Neuerung. Aber wieso kann man dieses System nicht verdammt nochmal fürs GTS machen? Ich kann jetzt in meinem GTS, kann ich den letzten Rotz nehmen. Was weiß ich, das Ratzpratz Level 1, das sich gerade irgendwie aus dem Wundertausch gezogen hat. Scheiß Wesen, scheiß DV. Noch nichts dran gemacht. Keine Zuchtattacke, kein nichts. Ich gebe da einfach hin, dieses Pokémon ist frisch aus dem Ei geschlüpft oder in diesem Pokémon schlümmern große Kräfte. So, der Typ gegenüber denkt sich so, ja geil, das hat dann wahrscheinlich so, ist irgendein Zuchtrest mit 4, 5 DV, geil, nehme ich. Und gibt mir dafür seinen Zuchtrest mit 4, 5 DV, weil ich fordere für meinen Level 1 Ratzpratz, was weiß ich, ein Level 1 Zubat. Ja. Ja, würde ich nie machen. Niemals Pokémon fordern, die man unter Level 10 fangen kann, weil dann bekommt ihr nie die Zuchtreste, die ihr braucht. Kleiner Profitipp hier. Aber, was weiß ich, ich bekomme dann einen Koalelu-Zuchtrest, freue mich, ein Ast. Ja, geil, ich habe einen 5 DV Koalelu, muss noch drei Eier legen, bis ich mein Perfektes habe. Und ja, mein Gegenüber kriegt ein 1 DV oder 0 DV Ratzpratz. Ein, ein verdammter Knopf hat der gefehlt. Einfach selber hier die Richterfunktion im GTS, um einfach mal zu sehen, was, was kriege ich da überhaupt. Kann man mittlerweile überhaupt die Wesen sehen, das ging in Generation 6 nicht, ne? Das ging auch hier nicht. Du kannst hier nicht den Bereich sehen. Du siehst nur das Pokémon, du siehst das Level und du siehst diese Nachricht, die der Trainer hinterlassen hat. Das ist für mich schon in Generation 7, weil so viele Leute haben dir, vor allem am Anfang, was jetzt bestimmt auch wieder der Fall ist, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir von dem Abonnenten 6DV-Ditto geschenkt bekommen haben. Ganz viele Leute fordern erstmal Dittos für irgendwas. Ja. Meistens auf Level 100, weil, ja, Dittos fängt man auf Level um die 30, glaube ich, ne? In dem Spiel. Ich glaube ja, ja. Die dürfte ungefähr. Ist ja an dem gleichen Gebiet, wo auch Metheno auftaucht. Ja. Ja, man fängt es um die Level 30, niemand trainiert es dann auf Level 100. Heißt, jemand, der in Level 100 Ditto verschenken kann oder vertauschen kann, wird meistens eins aus PK-Hacks oder so haben. Ja. Und das kann ich dann fordern für, was weiß ich, entweder für totalen Scheiß oder ich gebe meine teuren Legendären dafür her. Aber das ist halt traurig irgendwie. Es ist nicht ausgereift. Das ist halt auch genau das, was ich eben meinte. Das war in Generation 6 schon nicht fertig, in meinen Anführungsstrichen. Und jetzt haben sie es einfach mitgenommen nochmal. Und das ist einfach, ich habe die GTS noch nicht einmal aufgemacht. Ganz ehrlich, wenn ich ein Pokémon haben möchte, dann frage ich im Forum oder in der Community meines Vertrauens und kriege ich auch was. Und da kann ich auch noch jemanden, den ich persönlich kenne, eine Freude damit machen. Klar auf die Schnelle, wenn man sich so sagt, hey, ich will jetzt unbedingt einen Kommandutan haben. Und da ist eins, der von mir einen Quartermark fordert. Und genau, ja, ich habe die andere Edition. Das hat halt funktioniert für einige. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt in den ersten Tagen so, wo alle den Pokédex irgendwie vervollständigen wollen. Dann machen die noch faire Angebote. Aber in ein paar Tagen ist das wieder so, dass die für einen Radfahrts eine Mew haben wollen oder sowas. Ja. Ganz ehrlich, die GTS und ja, das Ganze. Neue PSS, wenn es überhaupt noch so heißt, schockt mich überhaupt nicht. Ist leider immer noch nicht perfekt. Guter Gedanke, schlecht ausgeführt. Kann man so, glaube ich, mal abschließend sagen. Ja, Züchten hatten wir ja gerade schon angesprochen. Die DV. Ja, das ist das Beste, was dem Züchten passieren konnte. Was hat sich denn am Züchten sonst noch geändert? Eigentlich gar nicht so viel. Man braucht nach wie vor den Ewigstein, den Fatumknoten. Ja, genau. Ja, man hat diese kleine Nische da direkt vor der Pension, um die Schritte zu machen. Genau. Was eine ziemliche Neuerung ist. Was ich auch nur dank deinem Guide herausgefunden habe. Ich mache hier nochmal eben Werbung in fremder Sache. Danke, danke. Hier, der gute Tabasco hat echt einen sehr guten Guide gemacht. Ich habe ihn auch einem Kummer gezeigt, der jetzt mit Generation 7 am Überlegen ist, ins TP einzusteigen. Und der hat auch gesagt, okay, ein bisschen schnell vielleicht. So muss man sich vielleicht zweimal angucken. Weil wenn man ein kompletter Neuling ist, ist das halt so. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber auf jeden Fall gut und verständlich. Freut mich, auf jeden Fall das zu hören. Perfekt ist er nicht. Und dann kommt er zum Glück auch noch im Neuling. Es war ja dein erster Guide. Wir haben ja noch ein anderes Guide-Projekt vor, das wir zusammen machen wollen. Hier schon mal ein kleiner Spoiler. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Auf jeden Fall, der Link zu diesem Guide auf Tabaskos Kanal kommt hier auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Für die, die halt echt noch nicht so fit im Kompetitiven sind, guckt euch das mal an. Ja, vielen Dank. Empfehlt es auch gerne weiter. Also ich glaube, dass es mit das meistgeklickte Video bei dir ist. Und das aus gutem Grund. Nee, es ist tatsächlich das mit Abstand meistgeklickte jetzt zur Zeit bei mir. Ja. Zucht ist sonst nicht viel passiert. Ja, ansonsten vielleicht an der Pension an sich ist es keine Pension mehr. Das heißt jetzt Horde. Die leveln deine Pokémon nicht mehr. Das heißt, der Preis steigt auch nicht mehr ganz so hoch. Du musst jetzt immer 500 bezahlen. Vorteil ist halt, dass die dir keine Attacken verlieren und sowas. Ja, das war nervig. Aber ganz ehrlich, zum Leveln hat das eh keiner genutzt. Also es ist auf jeden Fall auch wieder eine positive Änderung. Dann ganz klar, was die Zucht noch erleichtert, ist die Richterfunktion, wie du eben schon gesagt hast. Ich glaube, mit Tauros bist du auch schneller unterwegs als mit dem Fahrrad. Also der hat sich alles nochmal beschleunigt. Weil du mit Tauros schön den B-Knopf meschen und dann hast du halt einfach innerhalb von Sekunden deine Eier. Also ich habe noch nie so schnell gezüchtet. Ansonsten an der Ballzucht hat sich ein bisschen was verändert. Das können jetzt auch die Männchen verehren. Genau, 50-50, wenn es die gleichen Pokémon sind oder zumindest die gleiche Eingruppe. Ditto vererbt seinen Ball nie. Genau. Ja, das sind so die Regeln. Ja, hat sich auf jeden Fall ein bisschen gelockert und ein bisschen vereinfacht. Dieses Ganze, was daraus entstanden ist, dieser sogenannte Ballism, also bestimmte Pokémon in bestimmten Mällen haben zu wollen, ist ja auch etwas, womit man durchaus das Late Game noch verbringen kann. Das machen es viele. Ich mache es tatsächlich auch. Obwohl ich ja eigentlich nicht so, ich bin eigentlich immer schnell und CP-ready und Hauptsache es funktioniert. Eher pragmatisch, aber auf die Bälle achte ich dann doch schon teilweise. Ich habe meine Mond leider weggegeben, meine Mond-Edition. Ich habe also nur meine Sonne. Und ich glaube, ich habe da schon so ein, zwei von diesen einzigartigen Bällen, die man wirklich nur einmal kriegt in der Edition, leider schon verschwendet. Und ich habe zum Beispiel meinen, wie heißt denn, Solga Leo, habe ich in einem Schwerball gefangen. War zwar direkt der erste Ball, aber da das Ding sowieso uber ist, werde ich das Ding nicht einmal wieder benutzen. Und dann hätte es dann vielleicht lieber für, was weiß ich, ein Stahlhaus oder so genommen. Irgendwie sowas. Kann man diese speziellen Bälle eigentlich vererben, frage ich mich jetzt gerade. Ja, man kann jeden Ball vererben, außer den, ich glaube, Meisterball kann man nicht vererben. Ja, Meisterball, genau. Ja, das ist auch noch cool. Gerade, ja, dieser Ballism ist auf jeden Fall noch so eine Sache. Shiny-Hunting, wie wir gerade gesagt haben, durch SOS-Chains. Und sowieso jetzt einfach das ganze Sammeln, ganz klar, momentan ist viel zu tun. Und auf Langzeit, also in einem halben Jahr, da bleibt dann auf jeden Fall noch Shiny-Hunting vielleicht, wenn einem das noch nicht zum Hals so raushängt und das Betteln. Ja, ansonsten gibt es hier tatsächlich nicht so viel im Game an sich. Also es ist keine richtige Kampfzone, außer den Kampfbaum. Der findet das Rad aber auch nicht neu. Der ist halt wirklich wie das Kampfhaus, nur cooler designt. Ja, ist ein bisschen knackiger. Auf jeden Fall. Haben wir festgestellt. Es gibt ja wieder den einfachen Mode und den Hard-Mode. Genau. Der einfache Mode ist allerdings schon so wie der Hard-Mode gefühlt. Genau, genau, absolut. Gegner haben tatsächlich Z-Attacken. Das hat mich beim ersten Mal auch sehr auf dem kalten Fuß erwischt. Und das ist auch der Grund, warum man sein Story-Team nicht direkt nach der Story in den Wundertausch geben sollte, da man sich erstmal ein bisschen durch den Kampfbaum sterben muss, um sich eben die 48, sind 48 GP für den Fatum-Knoten zu verdienen, ne? Ja, genau, der ist ziemlich teuer. Und ich habe am Anfang echt gestruggelt. Also ich hatte, wie gesagt, auch nicht die harten Pokémon mit jetzt irgendwie. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich meine ersten CP-Items hatte. Ich habe mich dann echt so durchgekämpft, dass ich zwei Macht-Items hatte, um einen Mitheno irgendwie fertig zu züchten. Dank eines Viewers, den ich an dieser Stelle auch noch mal grüße, der guckt und so viel für beide, hast du ja eben schon erzählt, dann einen Fatum-Knoten geschenkt bekommen. Und habe dann Mitheno fertig gezüchtet und habe mit dem Ding dann im Hausbuch so ein bisschen gefarmt. Also ich habe mich jetzt quasi erstmal auf die rettende Mitheno-Insel gehievt mit stundenlanger Arbeit. Und dann ging das so langsam. Aber ja, es hat ein bisschen gedauert, um zuchtready zu sein. Deswegen würde ich auch jedem von euch empfehlen, der das Wiedererwarten noch nicht gespielt hat und trotzdem diesen unendlich langen Podcast gerade guckt. Nehmt zum Durchspielen krasse Viecher mit, mit denen ihr auch entweder im Kampfraum was macht. Ist vielleicht ein bisschen langweilig in der Story, spart euch aber auf jeden Fall Zeit. Nehmt nicht unbedingt eure Lieblinge mit. Achtet ein bisschen auf Power. Habe ich meinen Real-Life-Freunden auch empfohlen. Und ja, die sind dann ein bisschen besser klargekommen im Kampfraum. Wir haben uns da nicht dran gehalten. Wir waren auch true. Wir haben einfach das genommen, wonach uns der Sinn stand. Richtig. Und ich habe es tatsächlich hinterher ein bisschen bereut. Das Einzige, was sich so im Kampfraum aus meinem Story-Team behaupten konnte, war Slymock. Stimmt, da erinnere ich mich noch dran. Slymock, der Story Slymock hat einfach in jedem Modus abgeräumt. Ja, der war einfach auch, weil der hat einen schönen Burg, der ist nicht so anfällig, der macht immer einen ganz okayen Schaden, kann ein bisschen vergiften. Mit dem läuft nichts falsch, weil er ein Powerhouse ist. Aber da hatte ich noch dabei Quapo, Silvarro, Tortonato. Die sind untergegangen. Egal, was ich mit denen gemacht habe, die sind nur am abkacken. Die machen keinen Schaden, die halten nichts aus, die haben kaum Coverage. Und das ist einfach grauenhaft mit denen. Wenn die halt untrainiert und ungezüchtet sind, dann im Kampfraum was zu heißen. Das war nicht möglich. Ja, und vor allem braucht man auch noch die ersten 20 Siege im Kampfhaus. Kann man hier ja auch schon mal spoilern. Wenn ihr das erste Mal gegen, also im Einzelkampf zumindest, soweit kommt, müsst ihr gegen Rot kämpfen. Und wenn ihr den dann zum ersten Mal besiegt habt, steht ihr vor ihr im Kampfbaum und schenkt euch die Megasteine für die drei Kanto-Starter. Genau. Das ist halt ganz praktisch. Viele andere Megasteine kriegt ihr halt für jeweils 64 Gewinnpunkte. Es ist sehr viel. Es ist viel. Auch am Kampfbaum. Ja, den Simsalanit bekommt man geschenkt. Mhm. Und ich glaube, ich habe mir noch keine Megasteine für Gewinnpunkte geholt. War bisher noch nicht nötig. Ich habe bisher auch ehrlich gesagt nur ein einziges Pokémon aus der sechsten Generation nachgezüchtet. Beziehungsweise nachgezüchtet bekommen. Ich hatte einen perfekten Zuchtrest und habe dafür ein perfektes Sichlor bekommen. Mhm. Ansonsten habe ich wirklich bisher nur Gen 7 Pokémon. Und ich glaube auch nicht, dass ich noch welche züchten werde, wo jetzt das Update für die Pokémon-Bank relativ kurz bevorsteht. Ich habe ja eigentlich wirklich alles, was ich brauche. Ich habe 400 Battle-Readies auf meiner Oras. Und die jetzt nochmal alle nachzuzüchten, das wäre mir persönlich zu viel Arbeit gewesen. Ich würde sogar alte Pokémon, glaube ich, sogar noch weiter auf Oras züchten, weil ich da Zugriff auf die Tutoren habe. Ja, das ist auch wieder ein großer Minuspunkt, auch im Postgame, dass wir eben keine Tutoren haben. Aber das kennen wir ja immer schon von den ersten einer neuen Generation. Da gibt es einfach keine Tutoren. Eben, damit man nochmal ein bisschen mehr Anreiz hat, sich dann die Nachfolgegames zu holen. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ich freue mich darauf, wenn Kostur so endlich den Ableit-Tip kriege. Das habe ich in der Analyse schon viermal gesagt und das sage ich auch hier noch fünfmal. Das wäre so großartig. Ja, auf jeden Fall. Was hat das Postgame denn noch was zu bieten? Hat es überhaupt noch was zu bieten? Es gibt ja so kleine Sachen. Also Pokémon Resort hatten wir schon mal angeschnitten, glaube ich, im ersten Teil. Diese Inseln waren wir beide nicht so ein großer Fan von. Man hat auch keine langzeiten Motivation. Klar, diese Schätze sind ganz nett. Die Schätze sind nett. Die Bäreninsel finde ich ultra praktisch, weil die richtigen Bären, also ich sage mal so, du hast seltene Bären, pflanzt die da an, sobald du das Ding auf Stufe 3 hast, was relativ schnell machbar ist, kommst du da innerhalb von einem Tag oder so auf acht Bären von dieser Sorte pro, die du angepflanzt hast. So, dass du halt sehr schnell auf sehr viele Bären kommst. Genau. Generell allerdings erstmal die grundsätzlichen Bären zu kriegen, die du überhaupt brauchst, um sie anzupflanzen, das ist wieder eine andere Geschichte, weil dafür musst du ja tatsächlich auf den Zufall hoffen. Weil du hast ja diese Bärenbäume, wo du per Zufall irgendeine Bäre bekommst. Ich habe mich damit tatsächlich noch gar nicht beschäftigt. Ich habe es auch, auch das habe ich nur wieder per Zufall irgendwo gelesen. Also bestimmte Bären wachsen auf bestimmten Routen, ganz normal. Allerdings ist es da dann wieder zufällig, welche du kriegst. Du kriegst dann ja, was weiß ich, so drei bis sechs Bären pro Baum. Und da ist halt zufällig, da gibt es halt einen bestimmten Pool an Bären, der kommen kann und davon kriegst du per Zufall welche. Und es gibt ja auch durchaus welche, die sich, die Bärensammler sind, die halt wirklich alle Bären haben wollen. Ich muss sagen, in der Oras habe ich einfach mal den Cheat benutzt und hatte alle Bären 999 Mal. Ich würde mir den auch irgendwie besorgen, zur Not gegen Zucht. Also mich fix das jetzt nicht an. Das ist auch eine kurze Sache nur. Sobald du alle Bären ein paar Mal hast, ist auch gut. Ja, was mich halt interessiert, wo ich mich nie schlau gemacht habe, wo ich demnach auch noch nie durchgestiegen bin, ist diese Mutationsbären. Das gibt ja bestimmte Bären. Hat mich auch damals nie mit beschäftigt. Die kriegst du nur, wenn du zwei bestimmte Bären nebeneinander pflanzt, dann zack, wächst dann noch eine dritte oder so. Ich weiß nicht mal, wie das läuft. Oder ob einer der Sträuche dann mutiert. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das in Generation 7 überhaupt noch funktioniert. Aber auf jeden Fall brauche ich wieder eine Eifelbeere für meine Robustheits-Explosions-Pokémon. Also sonst läuft das ja nicht. Nee, das stimmt. Ja. Also Bäreninsel sollte ich mir mal angucken. Ja, ich bin nicht ganz so motiviert auf das Pokémon-Resort, was viele Sachen halt angeht. Ich bin auch nicht motiviert, das Festival Plaza irgendwie auszubauen. Also bis 30 solltest du es wirklich machen. Ja, ich schaue mal, Papi, okay? Ja, mach das. Also ich bin kurz vor Level 40. Ich glaube, dann kann ich die Hintergrundmusik ändern. Wuhu! Und auf Stufe 50 kann ich mein Schloss ändern oder so. Steht auf PokéWiki. Dafür muss ich auch nur jeden Abend irgendwie drei Stunden Events machen, um irgendwie fünf Level zu machen. Ja, super, ey. Fickst mich nicht so an, um ehrlich zu sein. Also es hat auch da wieder das gleiche Problem wie beim Spiel selbst, die Levelkurve ist irgendwie ätzend. Ja, das stimmt. Wenn das einfach schneller gehen würde. Ich meine, ich habe mir sogar in Oras damals die Mühe gemacht, diese tausend Fahnen für die Geheimbasen zu sammeln. Ja. Ich habe wirklich eine Platin-Fahne gehabt. Ich habe das auch nicht gemacht. Da bin ich nicht ganz so... Ich kann es nachvollziehen. Ich habe das auch nur gemacht, weil ich irgendwie die Fähigkeiten ganz nett fand. Und ich habe ja gerne gezüchtet, so zack, mit Charnera-Basis hochtrainiert. Und ja, wenn du dann aber eine Rückkehr haben wolltest auf ein Pokémon und vier Charn machen musstest. Ich hatte halt auch wirklich nur Leute in meiner Basis, du kannst ja bis zu fünf Leute in deiner Basis haben, die Pokémon massieren konnten. Das war einfach das Wichtigste. Okay. Habe ich alles nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich hier rüberkomme. Ich sage ständig, dass ich diese ganzen Mini-Sachen nie gemacht habe. Für mich zählt tatsächlich echt nur irgendwie Background und Züchten. Das ist fast schon alles. Es ist auch die Hauptsache. Und der Festivalplaza, so ganz nebenher, wenn ich wirklich nichts zu tun habe. Aber ich habe momentan echt keinen Bock zu züchten, muss ich zugeben. Ich habe mir noch einen Koalelu besorgt, dass ich eigentlich Battle-Ready machen müsste. Ich müsste auch noch eine speziell defensive Version oder zumindest eine defensive Version von Silvaro machen mit Auflockern. Apropos, ist das nicht ein Giveaway von dir? Ja. Hey, nochmal eine Überleitung zu dir. Ich habe da tatsächlich Zuchtraste, kann ich dir gerne geben. Ja, ansonsten Langzeitmotivation, ganz klar. Angeln vielleicht noch ein paar, Kronkorken angeln. Für die Leute, die dann dieses neue Supertraining haben, haben wir uns auch schon drüber. Aber ich will sagen, ausgelassen, ja, ist auch noch eine Langzeitposition. Ansonsten wird, wenn man erstmal so durch ist, man hat jedes Item, man hat die ersten Pokémon gezüchtet, die man haben wollte, man hat die ganzen Bären, man hat vielleicht da eine Sachen, die ich halt alle nicht so sinnvoll finde, wie ein bisschen ausgebaut. Ganz ehrlich, dann bleibt leider nicht viel Postgame und viel Langzeitmotivation, außer weiterzüchten und weiterbetteln. Und das ist leider auch wieder mal, wir kennen das ja von Pokémon, das ist halt wieder mal ein kleiner Minuspunkt, dass da eben nicht so viel bleibt. Allerdings, jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, was würdest du da ändern? Nichts, denn ich bin ja mit dem Battling auch sehr, sehr zufrieden. Aber für Leute, die eben nicht so sportlich und kompetitiv irgendwie unterwegs sind wie wir, ja, da sieht man halt auch ganz oft in den ganzen Communities, die Leute, die keine Zipedispieler sind, die haben auch irgendwann keine Lust mehr auf Pokémon. Eben weil außer diesen Dingen keine Langzeitmotivation da ist. Aber ich bin ansonsten zufrieden und ich denke mal, ich werde da sehr viele Stunden drin investieren. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir doch hier einfach mal ein generelles Fazit zu ziehen. Ja, wir können ja nochmal irgendwie alles aufgreifen, was du hier auf deiner Liste so aufgeschrieben hast. So, das wäre jede der Fragen, ich habe ja nur ein paar Punkte gemacht, wir haben sehr viel improvisiert, muss ich sagen. Ja, haben wir ganz gut, genau, okay. Ja, ich fand uns auch, also ich habe noch nicht reingehört, aber ich fand uns prinzipiell erstmal gut. Ja, das war in Ordnung. Wir waren nicht ätzend. Also wir nehmen die jetzt alle am Stück auf, bedanken uns hier aber trotzdem schon mal für eure krassen Kommentare und euer ganzes Lob, das wir bestimmt bekommen werden. Ne, also wollen wir jetzt wirklich einfach mal alle Sachen durchgehen? Ja. Einfach nochmal einzeln so. Also das erste Punkt war ja... Die neuen Pokémon. Die neuen Pokémon. Also wie du diese... Blöp, blöp, Knoten der Zunge. Also wie waren so die Designs und die Anzahl? Designs waren wir uns ja glaube ich einig, sind nie immer alle perfekt, aber auf jeden Fall gut. Ist nicht die schwächste Generation. Anzahl ein bisschen wenig, finde ich. Ja, war ja in West nicht viel besser. Ja, dann Meinung zu den Startern, die wir hatten. Drei sehr solide Starter auf jeden Fall. Ja, war durchaus positiv. Das sind nicht die besten Starter meiner Meinung nach, aber dann gibt es nichts Negatives zu sagen, ist einfach so. Mag ich auch alle drei. Ja, dann das Austauschen der Orden durch Inselprüfung. War mal was Neues. Coole Idee. Ist auch noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig. Ich bin aber auf jeden Fall auf neue, also wenn sie das weiter beibehalten wollen, ich meine, wenn das nächste wieder ein Remake wird, dann da natürlich nicht. Aber wenn dann bei, was weiß ich, Generation 8 irgendwie was Neues kommt, vielleicht unterscheidet sich das ja nochmal. Oder sie gehen wieder zu den Arenen zurück. Wäre ich aber auf jeden Fall mal gespannt. Ja, das hat uns zu den Z-Steinen geführt. Finde ich gut. Da sind wir gar nicht so krass drauf eingegangen. Aber ja, die werden halt schon einen Einfluss auf das Meta haben. Aber halt auch nur durch Statusattacken. Ja, eher durch die Statusmove, das stimmt. Ansonsten sind es im Prinzip nichts anderes als die Juwelen damals, so ein Nuke, den man einmal im Spiel machen kann. Ich fand sie erst sehr, sehr blöd, als sie released wurden. Da habe ich erst gedacht, bitte nicht. Nicht so starke One-Shot-Sachen. Weil dieses ganze One-Shot- und offensive Play liegt mir gar nicht so. Macht mir auch gar keinen Spaß. Einfach alles durchsweepen, ist langweilig. Da habe ich aber gesehen, die sind halt wirklich auf eine Benutzung beschränkt und sind sehr vielseitig, was diese Statusmove angeht. Und da habe ich sie dann doch in mein Herz geschlossen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, da ein paar Strategien mit rauszufinden. Also, bla bla bla, Z-Attacken finde ich super mittlerweile. Ja, ich schließe mich da wortwörtlich an. Also ich habe auch gedacht, weil erst nur Z-Attacken, keine Megas gezeigt wurden. Scheiße. Hätte nach wie vor allerdings lieber ein paar neue Megas gehabt. Aber die Z-Kristalle haben durchaus ihren Nutzen und werden bestimmt auch irgendwo Einfluss haben. So, was haben wir dann als nächstes? Ich habe Schiller-Pin, dass es den so früh gibt. Also ein bisschen shiny-hunter. Das war uns beides halt egal. Ja, wir sind nicht die großen Jäger. Da haben wir einfach keine Meinung zu. Ist einfach so. Aber habt ihr bestimmt, könnt ihr ja gerne was schreiben. Ja, Performance-Problem auf dem 3DS ist das große Problem. Das ist der große Schatten, den die siebte Generation meiner Meinung nach wirft. Ja, ist das erste Mal, dass es wirklich krass ist. Also ansonsten ist mir das vorher noch nie so wirklich aufgefallen. Weil das haben halt so FPS-Einbrüche waren oder so. Und ja, dadurch vielleicht auch das Wegstreichen der Dreierkämpfe. Auch sehr schade, wie ich gesagt habe. Die hat sich jetzt nicht so sehr gestört. Für mich ist es ein dicker Minuspunkt leider. Und ja. Dann die wegfallenden Kampf-Modis, die dazu kamen, liegt wahrscheinlich an der Performance. Das ist allerdings auch nur eine Theorie von uns. Aber nicht sagen so, aber hier, Strato, Pasco haben gesagt. Ja. Es ist eine Idee von uns gewesen. Es muss ja irgendeinen Grund haben. Vielleicht hat man sich auch gedacht so, ach, die hat eh keiner gemocht. Wissen wir nicht. So, kommen wir zur Story. Die Story können wir eigentlich mal in eins zusammenfassen. Ja, ganz klar. Die war großartig. Ja, also ich glaube, wir waren mit Charakteren, mit Aufmachung, mit Inszenierung, Optik, mit allem eigentlich zufrieden. Welt auch. Habe ich gar nicht so. Schwierigkeitsgrad. Ja, also auf die Inseln sind wir jetzt gar nicht so wirklich eingegangen. Das möchte ich immer wirklich sagen. Ist, glaube ich, meine Lieblingsregion von allen. Zusammen mit Höhen. Ich mag es ja ein bisschen abwechslungsreicher, bunter, wilder. Nicht diese ganzen Großstädte und sowas. Und war genau mein Ding. Gerade dieses sommerliche Flair auch. Perfekt. Ja. Ganz plus. Auf jeden Fall. Also schöne Region. Kommt mir allerdings ein bisschen kleiner vor. Könnte aber auch daran liegen, dass man etwas schneller unterwegs ist als in anderen Spielen. Ja, könnte sein. Ja, und dann das Postgame, was wir jetzt gerade schon alles gesprochen haben. Ja. Ja, kurz zusammengefasst. Im Endeffekt bleibt uns beiden zumindest erstmal nur das Kämpfen. Genau. Das Wichtigste ist noch da. Es haben sich ein paar coole Sachen halt geändert. Neues Meta. Neue Mechaniken. Ja, stillt den Hunger auf jeden Fall. Ansonsten. Ich sehe, dass wir den wichtigsten Satz überhaupt gar nicht wahrgenommen haben, der hinter dem Kampfbaum-Fragezeichen steht. Da steht, Red und Blue, du Hurensohn, Beste. Achso. Ja. Also Red und Blue haben mich jetzt nicht so mega geflasht wie alle. Der Gastauftritt von denen fand ich richtig cool. Vor allem, dass du Blau hast, der dich voll labert. Ja, und Rot sagt gar nichts. Und Rot, Punkt, 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 Punkt. Ich habe mich einfach wieder zurückversetzt an den Silberberg gefühlt und als man damals auf dem Silberberg stand und seinen eigenen Charakter quasi herausgefordert hat, als man gegen Rot gekämpft hat, das war für mich bis heute der epischste Pokémon-Moment. Klar ist das cool, dass die wieder da sind, aber das Pokémon-Internet ist irgendwie geschmolzen als das Review wurde und ich habe so gedacht, so, ja, ist okay. Also ich fand es jetzt nicht so und die Musik von den beiden haben sie verhunzt. Also, ne. Ich muss sagen, ich habe ganz oft die Musik an meinem DS aus. Alle sagen immer so, Pokémon, schöner Soundtrack. Ich so, ja, 8-Bit-Musik. Ich könnte aber auch einfach Spotify hören. Ja. Meistens gewinnt Spotify. Also ich mag ja Pokémon-Musik sehr gerne. Ich mag auch die Remixes. Ja, Glitchick City, danke nochmal, dass wir deine Musik benutzen dürfen. Du bist die schönste Frau der Welt. Du verstehst uns nicht, weil du nicht deutsch bist, aber großartig. Ja, aber trotzdem, also Pokémon-Musik ist geil. Ich habe teilweise auch ein paar Stücke, ob orchestral oder aus dem Anime, in meinen Playlists beim Zocken und ich mag die Musik, die Blue damals hatte und die haben die jetzt in Jahr 27 einfach vor uns. Das klingt so grausam. Ich habe sie nicht gehört. Es klingt, keine Ahnung, so ein bisschen wie so ein Seemannstouch bekommen, so Akkordeon-mäßig. Finde ich nicht schön. Naja, ansonsten, ja, schön, dass sie da waren. Schön, dass wir da waren. Hat mich jetzt nicht so geflatht. Gibt es sonst Sachen, die dir fehlen irgendwie? Hatten wir gerade schon ein bisschen gesagt. Ich glaube, wenn wir jetzt alle Punkte mal abgearbeitet haben, kann man feststellen, wir sind wohl zufrieden. Also ich bin einfach von Oras verwöhnt, wie viele Legendäre ich fangen kann. Also das fehlt mir auch nicht. Ja, also mir fehlt das Dreierkämpfe, Megasteine und ein bisschen Improvement beim PSS. Ja, doch, das fasst ganz gut zusammen. Ja. Generell zufrieden, aber ich muss sagen, ich war mit Generation 6 zufrieden. Ja, tatsächlich auch. Ist bei mir genauso. Also trotzdem ist Generation 7 besser als Generation 6, habe ich auch schon gesagt. Aber ich war damals einfach, da hat mich nichts geschirrt. Alles war gut. Und ich habe nichts aus den älteren Generationen vermisst. Diesmal ist es leider so. Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wenn ihr euch wirklich alle drei Podcasts angehört habt, habt ihr auch deutlich mehr Zeit mit uns verbracht als unsere Mütter in den letzten drei Wochen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ja. Und bin natürlich wie immer auch an eurer Meinung interessiert. Was hat euch an Generation 7 am meisten gestört? Vielleicht war es ja auch gar nichts. Was hat euch am meisten gefallen? Wie gerne würdet ihr ein Foto von Tabasco sehen, wie er an einem riesigen Eis lutscht? Das sind alles Sachen, die uns interessieren. Also wenn ich ein riesiges Eis spendiert bekomme, wäre ich bei so einem Fotoshooting so dabei. Vanille und Schatz der Teller bitte. Wie viele Kugeln? Ab wann gilt ein Eis als riesig? So neun? Ja, nehme ich. Ja, okay, machen wir. Okay. Aber auch nur, wenn mindestens sechs Leute in die Kommentare schreiben, dass sie das sehen wollen. Sechs Leute. Aber du bezahlst das Eis? Ich bezahle das Eis. Oh, schreib rein, ich will ein Eis. Bei über 100 Abonnenten sollten es ja wohl sechs Leute finden. Ich meine, in meinem letzten WiFi-Battle habe ich ja die Leute am Ende meiner Team-Analyse aufgefordert, mich zu beleidigen. Das haben ganze drei Leute gemacht. Also so gut stehen deine Chancen nicht, dieses dicke Eis ausgegeben zu bekommen. Ich will das Eis. Leute, lasst mich. Ja, dann rühr doch die Werbetrommel und dann schreibst du ja, also ich werde das bei Twitter ganz normal teilen. So, guck mal hier, geiles neues Video. Du kannst ja dann schreiben, ey, hört euch das bis zum Ende an, ich will das Eis. Ne? Das darfst du ja gerne machen. So, und ja, wenn ihr wollt, dass der gute Tabasco ein fettes Eis kriegt, dann macht das. Dann schreibt ihr drunter, ey, besorgt dem jungen Eis. Wenn euch das egal ist oder ihr gar nicht wisst, ihr ihn gehört habt, dann ist mir das auch egal. Ja, ich glaube, ihr habt genug von uns. Ja. Wir haben genug von uns gegenseitig. Wir sind jetzt auch erstmal fertig mit dem Review dieser wunderbaren Gen und konzentrieren uns dann jetzt eher aufs Zocken und CP. Ja, oder andere Projekte, irgendwas. Ja. Uns fällt was ein. Machen wir ein paar andere Dinge. Wir sind total kreative Typen. Ja, genau. Du bist ja jetzt seit drei Stunden hier. Jetzt fangen wir an, das Zeug für seinen Kanal zu machen. Deswegen seid ihr von meinem Kanal jetzt offiziell entlassen. Bis ihr das hier gehört habt, sind wahrscheinlich schon alle Analysen durch. Deswegen direkt rüber zum Tabaskos Kanal. Guckt euch den Scheiß an, den wir da fabrizieren. Und in diesem Sinne sage ich, ohrensteif halten. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank.